Also wir benötigen erst mal zwei die Metten, zerkleinern die hier. Die kommen dann auch direkt in den Messer rein, machen wir je nach Menge immer ca. drei Stückchen, kommt direkt ein bisschen Rohrzucker mit dazu, folgt von das füllen wir dann mit Eis auf, dann kommt vier Zell Wodka rein, und noch ein bisschen Pola Limes, das ist dann für den erdbeerigen Geschmack. Das wird dann umgerührt. Dann packen wir noch zwei Strohrein. So und damit das ganze noch nicht besser aussieht, dann ziehen wir das noch. Und so, so geben wir das dann raus. Dann packen wir das. Dann packen wir das. Dann packen wir das. Dann packen wir das. Vielen Dank.